Wir werden wie die Titanic untergehen. Wie gut, dass so das Ufer nicht weit ist. Rettungsboote wären nützlich gewesen, oder? Geht es denn allen gut? Äh, seht ihr auch alle, was ich da sehe? Wir dürfen nicht zulassen, dass sie alles übernehmen. Aber wir brauchen besseres Werkzeug, wenn wir diese Dinger aufhalten wollen. Wie wäre es mit der Schule? Dort gibt es alles, was wir brauchen, während wir herausfinden, was hier eigentlich los ist. Tex geht viel zu schnell weg. Tex geht viel zu schnell weg. Episode 2. Gleich neben der Ladenschaft. Ladennachbarschaft? Scheiße, ich hab's nicht lesen können. Was stand da? Ah, erstmal gucken. Okay. Ja, gut. Hier entlang. Hier entlang. Nach unten wischen. Gut, dann wischen wir mal. Hä? Sehr schön. Ja, gut. Also. Neue Runde, neues Glück, Leute. Ähm. Erstmal zwei Bogen, Leute. Äh, nochmal einen Bogenmann. Nochmal ein Handwerksmann. Äh, Kind. Und gleich anfangen. Mauern bauen. Super wichtig. Mauern bauen. Ich find das immer noch so episch einfach. Buch. Äh, was ist das? Fragezeichen? Okay. Generatoren. Okay. Ach, bei den Spielplätzen holen wir jetzt Kinder. Okay. Also. Wir laden Kinder nach Hause ein mit Geld. Was? Auf den Spielplätzen sammeln wir die Kindheit? Was? Es ist egal, wie wir es sagen. Es ist alles schlecht. Alles nicht so gut. Mit dem. Was machen wir mit dir? Okay, einen Rasenmäher haben wir jetzt bestellt. So, jetzt haben wir uns einen Rasenmäher gekauft. Und der wird jetzt erstmal noch gebaut, oder was? Ich hab keine Ahnung. Ich find das immer noch saucool. Okay, wir müssen jetzt erstmal wieder Kinder finden. Ach, egal. Egal, wie ich's sage, es ist... Es bringt ja nix. Es bringt ja nix, Leute. Egal, wie ich's sage, es ist alles falsch. Wir gucken mal, ob wir schnell ne... Truhe finden. Ah, ich find das Setting gerade voll geil mit der City. Mit der Vorstadt. Und der Schule. Äh? Wer ist das denn? Polybius Arcade. Hoffentlich bist du nicht gekommen, Amis. Denn in diese Mückenhöhle werde ich nicht zurückkehren. Was? Oh, du bist's. Moment. Ich muss nur meine Punkte speichern. Whiz. Erledigt. Was ist? Lass mich raten, ihr müsst über die Brücke rüber, richtig? Das Problem ist nur, dass diese nicht identifizierten Lebensformen mir an meine Technik geklaut haben. Wenn ihr sie mir zurückbringt, kann ich euch vielleicht helfen. Und mir auch. Mit meiner Technik kommen wir über die Brücke. Okay, wir müssen sein... Sein, äh, Dings finden hier. Sein, äh, Boom Blaster. Oh nein! Oh nein! Ja, äh, gut, dass die die umgebrettert haben. Heilige! Es ist gerade Nacht geworden, sehe ich gerade. Mist, und unsere Base ist noch nicht, äh, verteidigt. Also, befestigt. Stell mal ein Keterade bumpen. Danke. Äh, was ist das? Ach, das ist ein Baum. Okay. Jetzt wird's Nacht. Okay. Okay, hier ist verteidigt. Schaffen wir das noch schnell abzugraden? Okay, also auch hier wieder verschiedene Sachen. Wir müssen halt gucken, dass wir relativ schnell Kohle kriegen. Ah, okay, die Lichterketten sind unsere Umzäunung. Ich verstehe. Aber dafür, dass es gerade Nacht ist, ist es relativ ruhig. Das heißt, wir können noch mal ein paar Sachen bauen. Brauchen wir auf jeden Fall mehr Jäger... Oha! Mehr Jägers, Leute, wollte ich gerade sagen. Eine Schulklingel, wie geil. Sehr schön. Ach, der mät Rasen und damit macht der Kohle. Hä? Okay, wie geil ist das denn bitte? Oder was macht der damit doch? Der generiert Geld damit. Hä, wie cool. Jetzt müssen aber erst mal diese pinken Bäume irgendwie loswerden. Garage Sale. Ey, ich find diese ganzen... Ey, diese... Ich find diese ganzen Anschlülungen... Ich find das so mega, ne? Ich feier das so krass ab gerade. Merkt man, glaub ich, gar nicht, ne? Ah. Pikman und Pac-Man? Was? Das ist beide Versionen gesehen. Sehr schön. Gleich hier weiter. So, wir dürfen auch nicht zu schnell expandieren. Aber wir brauchen... Warum kann ich hier jetzt nicht? Hä? Das ist doch, weil der Wald erst sich zurückdrängen muss. Okay, der Wald im Hintergrund muss erst vorher... Ah, guck mal. Seht ihr, wie die Bäume langsam im Hintergrund verschwinden? Oh, da ist ne Dings. Hier, wie heißt das? So ein, ähm... Jahrmarkt. Wie cool. Oder da war ein Jahrmarkt. I don't know. Ich glaub, da ist jetzt keiner mehr. Okay, nice. Dann können wir gleich wieder das... Dings bauen. Okay, der geht jetzt wieder Rasen mähen. Damit macht er wieder Kohle. Oh, cool. Hier liegt auch noch was rum. Da hinten liegt auch noch was rum. Nice. Oh, sehr gut. Okay, wir können doch nicht upgraden. Dafür müssen wir erst die... Highschool upgraden. Wenn man Rasen mäht, kann man Geld verdienen? Ja. Braust kein Kapper hinter schreiben. Ist ja so. Oh, Mist. Mist. So weit wollte ich gar nicht. Ich wollte nur das hier upgraden. Und das hier aufbauen. Und da müssen wir mal gucken, dass wir nochmal ein paar Kinder einkaufen können. Ohne Worte. Einfach ohne Worte. So, ich denke mal, das funktioniert hier. Nice. Okay. Das wird, denke ich mal, einigermaßen halten. Und hier sind drei auf der Seite. Okay. Ja. Nice. Ich gehe nur schon mal vor, dass wir schon mal ein paar wegbämsen können mit den Fahrrädern. Das funktioniert ja ganz gut zum Glück. Oh, da war noch ein Kind. So, sehr gut. Dann haben wir nochmal zwei Jäger. Wollt ich nochmal einen wegmampfen. Ah, saucool. Garage Sale? Fragezeichen. Okay. Okay, die Mauer wird repariert. So, wir brauchen mehr Handwerker, sehe ich gerade. Die haben nicht genug. Aber erst brauchen wir nochmal ein bisschen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Jäger haben wir erstmal. Oh, nice. Ja, damit. Sehr gut. Dann erstmal noch ein Handwerker. Hey. Geil. Oh, nice. Sehr gut. Haben wir im richtigen Moment gehalten. Sehr schön. So, das Haus freiräumen. Vielleicht ist hier hinten ja noch irgendwo eine... Hier ist ein Gate. Okay. Wollte ich gerade sagen, Spielplatz oder so. Aber... Oh, das ist eine Truhe. Nice. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Kurz ein Schlückchen saufen. Weiter geht's. Sehr, sehr nice. Okay. Ich glaube sogar, dass wir als nächstes... Das mit den Bikes verstehe ich noch nicht so richtig. Warum da ein Fragezeichen ist. So, das haben wir. Jetzt nochmal ein bisschen die Base aufwerten. Sehr schön. Sehr gut. Was mit dem Bike? Werden wir wahrscheinlich noch herausfinden. So, jetzt können wir erstmal... Äh... Obwohl, das ist zu spät. Wir sollten jetzt nicht noch die Außenmauer befestigen jetzt. Noch nicht. Müssen gucken, dass da nochmal ein paar... Kinder anwerben. Das Kind von dem Fahrrad geschubst und jetzt fährt es mit dem IT-Fahrer weiter. Hahaha. Geil. Ja. Hahaha. Nice. Hä? Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Hahaha. Oh, hier ist ein neues Kind gespawnt. So, brettert die mal um da. Sehr gut. Und... So. Abu ist so einer. Hey. Könnte meinen, ich bin voll der Frebel. Hahaha. Aber ich glaube, die Nacht ist rum, ne? So. Das ist gut. Juhu. Neuer Tag bricht an. Oh, langsam wird's knapp, Leute. Wieder Kohle. Ich glaube, wir haben nur zwei Münzen noch, ne? Ist das richtig? Ne, drei. Sehr gut. Eine Münze brauchen wir immer für Bäume und so. Sehr schön. Sehr gut. Jetzt können wir auch hier... Nice. Im Hintergrund verschwinden dann immer die Ekelbäume. Dann werden da ganz tolle Bäume draus. Ja. Ein bisschen Kohle sparen noch. Ich hab ausnahmsweise mal ein Corona. Gönn dir. Lass dir schmecken. So, hier nochmal aufwerten. Und hier reinbuttern. Für mehr Kohle. Nice. Ah, okay. Wir müssen die Schule aufwerten dafür. Für die nächste Station sozusagen. Aber ey, wir kommen voll gut voran. Das Game macht richtig Laune. Ich frag mich, ob wir heute noch zu Rustler kommen. Rustler wollte ich mir ja auch eigentlich unbedingt anschauen. Ne, geh mal nicht so weit. Oh nein, Mist mir. Und zweit Geld. Ah, schade. Na gut. Äh, was war das denn? War da gerade ein Affe? Da war gerade ein Affe, glaube ich. Ich bin mir nicht so sicher. Oh Mist. Sonne geht schon unter. Schnell. Der mit seinem Rasenmäher. Sehr gut. Das sind zwei, die da dran arbeiten. Das heißt, es geht ein bisschen schneller. Wo kommt denn dieses... Ach ja. Wir brauchen noch ein paar Jäger. Und vor allem brauchen wir noch mehr... Kinder brauchen wir vor allem mehr, ne? Gucken mal, ob wir schnell die rechts noch welche adoptieren können, natürlich. Eins ist da. Aber ich weiß, jetzt kommen hier Viecher. Die können wir jetzt rumrettern. Das schaffen die beiden. Sehr gut. Sehr gut. Hier wird nicht mehr viel zu tun sein, denke ich. Ich kann mal ein Schlückchen nehmen. Und wieder da hin. Ich finde das so cool, ey. Ein Corona, dass du sowas trinkst? Unglaublich. Andere haben dem einen riesen Bogen drum gemacht. Was? Hä? Ist nicht Corona hier ein Bier? Ich habe es mit Absicht zugeschrieben. Ach so. Ach so. Bist du das etwa nicht? Aber ich bin alles. Ich bin alles und nichts. Ich glaube, es ist schon vorbei. Ich glaube, wir können schon sagen, was sie hier ein bisschen bauen sollen. Ich werde es nicht wieder nach rechts komplett donnern. Ich warte jetzt erst mal, bis der hier fertig ist. Ist hier noch ein Kind irgendwie? Nee. Mist, wir müssen irgendwie mehr Kinder rankriegen. Das hört sich alles so... Es ist halt einfach egal, wie ich sage. Es ist halt einfach grundsätzlich falsch. Grundlegend grundsätzlich. Oh, die Tiere sind auch schon alle zugeschmökert. Oh, was? Wo kommen die denn jetzt her? Gut, dass die gerade umgebrettert werden. Ähm, Jäger, würdet ihr bitte mal herkommen? Alter. Das hat mich gerade eine Münze gekostet. Wenn wir jetzt dem zu nahe kommen, spawnen dann... Dann spawnen welche anscheinend, wenn wir dem zu nahe kommen. Interessant. Oh nein. Okay. Jawoll. Er mit der Kohle. Okay, wir können... Hier die Dinger nicht abbauen. Wahrscheinlich, weil das Gate da noch links ist. Okay, ich muss weiter nach rechts. Wir müssen... Wir brauchen Kinder, Leute. Wir brauchen Kinder. Kling, kling. Nice. Och. Okay. Okay. Na, komm schon, gib mir die Kohle. Hä, warum hat der die jetzt selber aufgehoben, anstatt mir zu geben? Was soll denn das? Schäm dich. Okay, jetzt haben alle Jäger genommen, anstatt... Ah, okay. Habe ich genug zum Aufwerten? Oh, das hat mir jetzt aber auch die letzte Münze gekostet, ne? War vielleicht gar nicht so gut. Oh Mist, ich hätte hier nicht erst bauen sollen. Oh Gott, ich glaube, die gehen drauf. Die werden hier mal helfen. Kurz mal den... den Vorboten spielen. Oh, da kommen noch mehr. Ah, ich glaube, die Mauer hält nicht. Schaffen die es? Yes, nice. Okay. Das hat zum Glück gehalten. Wie sieht's hier aus? Oh, die Mauer ist fast eingebrochen. Achso, ich wollte gerade sagen, die Mauer ist kaputt, aber ist sie ja gar nicht. Ach, einfach keine Münzen. Damn. Brauchen Münzen, Leute. Münzen, Münzen, Münzen. Richtig schöne Grafik auf jeden Fall. Auch mal ganz anders als sonst. Ich finde es mega, mega cool. Ich mache ja auch Pixelart und so. Und ich finde das so cool gemacht einfach. Ich feiere es auf allen Ebenen. Ach. Wir brauchen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Mehr Kohle und mehr Bauarbeiter brauchen wir vor allem. Das ist die Brücke. Hier rechts sind wir auch noch gar nicht... Ah doch, wir sind hier bis zu der Arcade gekommen, ne? Oh nice, ein Kinderspielplatz. Erstmal Kinder abgreifen. Okay, und da ist das... Da ist das Ding. Das heißt, wir müssen es aber kaputt machen. Wir müssen es kaputt machen, damit wir... ...da rankommen, weil da ist direkt ein Gate. Okay. Los geht's jetzt aber schnell. Es regnet. Oh nein. Ah, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Na ja, gut. Jetzt haben wir noch mal ein paar Bauarbeiter angeheuert. Bauarbeiter, Helferchen. Für ein Taschengeld, für ein Euro. Ne? Wer kennt es nicht aus seiner Kindheit, wenn der Papa... Du sagst immer, Papa, Auto waschen gibt ein Euro. Oder eine Mark oder so damals. Oh nice, gib her. Ähm, eigentlich voll die Kinderarbeit, ne? Wenn man so drüber nachdenkt. Ah. Ja. Das wird noch geupgradet. Das ist das weiteste Tor aktuell. Und das muss am stärksten befestigt sein, so gut es geht. Jetzt werden wir natürlich hier noch verteidigen. Weil es, glaube ich, gerade Nacht wird. Ist natürlich immer der beste Moment, eine Mauer zu bauen. Wackelt mit einem Popo und sinkt... Igelator, was ist da schon wieder los? Ich finde es geil, dass sie mit dem... Mit dem Rasenmäher angedonnert kommt. Aber nicht hilft beim Aufbauen. Schön. Okay. Stärker können wir die Mauer aktuell nicht aufbauen. Dann, glaube ich, reicht das auch hier. Ich glaube, das wird die Nacht halten. Und dann gehen wir mal weiter. Wackeln oder kleben? Hä? Mit dem Hintern kleben? Was? Was ist da los? Ich habe Fragen. Ich sollte aber nicht zu viele stellen. Okay. Nice. Sehr gut. Oh. Erstmal über ein Kind springen und erst mal Münzen abwerfen. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Hier ist die Mauer, glaube ich, zerstört worden. Oder wir hatten hier gar nichts aufgebaut. Ich weiß es nicht. Eine Hundehütte? Eine Hundehütte. Machen wir gleich. Ich weiß noch nicht, was das bringt. Wollen wir jetzt hier unnötig Kohle ausgeben? Ah. Ja, uns fehlt Kohle. Abu ist raus. Ich bin immer raus. Was ist da los? War ich jemals drin, ist die Frage. Oh, Mann. Jetzt bin ich gerade dran vorbeigedüst. Das ist eine Mauer. So, also hier sind wir, glaube ich, grob safe. Ähm, ja, ich mach's trotzdem mal. Ist vielleicht Geldverschwendung, weiß ich nicht. Aber lieber safe gehen. Was? War ich jemals drin? War ich jemals drin? Also, äh, sag mal, ist das Spiel eigentlich frei erhältlich? Schnell ablenken. Was ist da los? Jawohl. Lass es regnen, Baby. Äh, ja. Brain war noch ab. Ist gerade die äußerste Mauer an der Stelle. Ui, nice. Ja, damit. Und gleich nochmal. Wenn wir gerade eh zwei Leute hier haben. Und das mit der Hundehütte? Ist das jetzt so eine Art Mauer? Oder? Aber das waren doch bisher mal Pylonen. Was ist das hier eigentlich? Oh. Was? Oh. Hallo? Äh, niemand zu Hause. Moment. Da ist eine Nachricht. Liebling, falls du das hörst, hör ganz genau zu. Ja? Bleib zu Hause. In der Stadt geht etwas vor sich. Etwas Schlimmes. Papa und ich sind in Sicherheit. Wir sind bei der Eröffnung vom Einkaufszentrum. Mit vielen Leuten. Da sind, da draußen sind Dinge. Dinge, von denen Oma mir erzählt hat. Von der Bürde unserer Familie. Unsere Verantwortung. Ich. Was? Hör zu. Wenn du sie siehst, lauf. Ich meine das ernst. Und schau nicht zurück. Mach dir um uns keine Sorgen. Uns passiert nichts. Bleib zu Hause. Da ist es sicher. Wir lieben. Hör mal, Leute. Ich werde euch nicht bitten, mitzukommen. Na gut. Du musst nämlich nicht bitten. Wir retten die. Keine Frage. Das Einkaufszentrum ist nicht weit von hier entfernt. Wir müssen nur durch die Stadt. Was bedeutet, dass wir die Brücke reparieren müssen? In Ordnung. Reparieren wir sie. Dann geht's los. Gut, dass der Typ schon vorher wusste, dass wir die Brücke reparieren müssen, bevor wir in dem Haus waren. Hm. What a coincidence. Wie doof. Ich habe noch exakt drei Münzen. Passt schon. Oh. Ah, was? Hä? Das macht sie? Okay. Mach mal schneller. Hä? Haben wir jetzt einen Hund da? Aber wir haben keinen Hund da. Verstehst du, was ich meine? Okay. Oh, halt, stopp, Kinder. Hier. Geh schnell shoppen, Junge. Hab dir einen Euro geschenkt. Okay, das mit dem Hund habe ich jetzt nicht verstanden. Warum konnten wir die Hunde bauen? Hunde. 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 Blablabla. Hunde Hütte, Mann. Trink was. Ich habe nichts da. Ich müsste kurz Pause machen, damit wir trinken können. Na, mal gleich. Ich bin voll rein. Ich bin gleich. Untertitelung des ZDF, 2020